Leute, was geht ab? Ich bin Calvin und heute werde ich meine Freundin verarschen und zwar die ist jetzt jeden Augenblick hier. Die hat mir schon geschrieben, ist das gleich da. Auf jeden Fall muss das schnell gehen und zwar, ich gehe jetzt einfach aus dem Stuhl hier hoch, tue dann so was, ob ich da oben die Lampe auswechseln möchte, die Glühbirne und ich werde dann, habe hier meine Handy-App, hier habe ich so einen Elektro-Sound, der so ein Elektro-Schock-Geräusch macht, auf jeden Fall werde ich die abspülen, während ich dann da oben rumfuchtel. Wenn meine Freundin reinkommt, sage ich so, mach mal das Licht kurz an, dann mache ich den Sound hier an, dann habe ich nichts zu tun, so ob ich oben kippe oder auf dem Boden ligge. Zwei Kameras sind hier schon versteckt, dann sage ich mal, let's go, ich hoffe alles klappt. Hey, was machst du? Ich will die Lampe auswechseln, weil die geht nicht. Ja, die ist ja kaputt, ne? Ja, ja, die beiden waren ja Schrott, die eine geht ja immer. Kannst du doch aus dem Stuhl festhalten? Ja, das wackelt total. Ja, hast du? Ja. Okay, warte. Warte, ich muss mal noch gucken. Ja, jetzt kannst du halt ich dann machen. Warte. Genau. Ey, ich bin's. Ey, Schatzmann, hallo. Hey, hallo. Was war's? Bro. Hallo. Hallo. Chill mal, hallo. Chill doch mal. Hallo, was ist los? Warum sagst du schon wieder? Hey. Ja, hast du schon gemerkt, warum sagst du schon wieder mal? Was ist das für ein Schein? Ich konnte nicht länger, Leute. Ja, wir gucken das ernst. Gibt's wieder, wäre geil, oder? Weil das Licht war wirklich, Leute, das Licht war wirklich kaputt. Mach mal an, dann sehen wir das. Es wird nur das eine leuchtet. Und ich... Hab da einfach rumgefummelt, ey, du hast... Krassmann, ich könnte nicht länger lachen. Wie fühlst du dich? Geht's? Versöhnung. Komm her. Ich bin einfach der Prankkott. Nein, Mann. Leute, gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch, kurz knackiger Prank. Ich war übel spontan, weil sie gerade rausgekommen ist. Ich hab gedacht, bam, Kamera aufbauen und los geht's. Auf jeden Fall gebt einen dicken Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ich bin nämlich richtig gerade aktiv und hab richtig Bock, hier die ganze Bude zu pranken. Deswegen haut einen Daumen nach oben, wenn es mehr geben soll. Da wird's jemand aktiv auf dem Kanal. Auf jeden Fall werde ich das alle kriegen. Marvel wird auch noch was hier, glaub mir. Ansonsten, Leute, wie gesagt... Schickt mir Ideen, Sarah K. Ja, könnt ihr auch immer gerne Ideen schicken. Hier, ihr Insta und Snap. Genau. Sie wird sowieso nicht schaffen, aber ihr könnt ihr Ideen schicken, edit sie mal. Schickt mir ganz viele Ideen, ihr wisst nicht. Du musst schon gute Ideen sammeln, ne? Ihr könnt ihr auch immer Ideen schicken, Marvel natürlich auch. Einmal hier, Marvins Insta und Snap. Mein Insta und Snap. Und Andons. Bis zum nächsten Video. Ciao.